Oida, was geht ab, Leute? Team Bubbelt hier. Ihr setzt das? Ja. Oh mein Gott, nein, macht das nicht. Von C, 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 G, Stop, Scherding. Und heute haben wir hier einen alten Freude aus Österreich, Wien. Mal ein bisschen rausgeflogen. Top 8, erste Runde. Mit was den Deck hast du gespielt? Pepe. Pepe? Dann zeig uns mal, was du alles gespielt hast. Ja, gerne. Ah ja, Entschuldigung. Drei Donkeys. Warum dreimal? Naja, man braucht einen Searchersatz. Okay, die meisten spielen nur zwei. Okay, passt. Ich spiele es gern stabil. Drei Sorcerer. Das sind eh klar. Dann zwei von denen. Bad Naga. Gate Turtle. Dann... Luster. Die Draco Slayer Engine. Ja, right. Was steht hier, right? Dann, okay, zu den Text später. Ein Rescue Rabbit. Okay, wieso hast du einen Rescue Rabbit so spät? Naja, sieht man doch. Man hat Normalmonster drin und Rescue Rabbit ist eine super Option einfach. Okay. Wenn man anfängt damit, hat man Reihen und Reihen und Reihen. Okay, perfekt. Cool. Dann... Armageddon Knight. Wieso Armageddon Knight? Wegen diesen beiden hübschen. Zephyrus und Schadoldweger. Neu, gell? Na, es sind alte Karten. Ne, ne, ich war ein Neu im TPL. Ja, ist richtig. Genau, okay. Na, man spielt sie deswegen, oder ich spiel sie... Ich hab's nie abgeschaut, aber... Man spielt sie deswegen, damit man keine zum Beispiel Twin Twister spielen muss. Weil, wenn du das ziehst in der Starthand, dann kannst du den in Frito pflegen, eine Scale Bouncen und dann hast du schon Rang 4. Ah, okay. Oder, wenn du Zweiter gehst, kannst du Schadoldweger machen, um irgendeine Backflow wegzumachen. Das heißt, du hast Optionen und musst nicht Twin Twister spielen, der normalerweise Bricken würde. Ah, okay. Ja, okay. Sehr gut. Dann... Der Last of Us hat das Chameleon. Ja. Kannst du sein Laufe Christa, oder? Genau, weil, wenn man das nicht zieht oder eben Face Off, dann steht man da gegen Cosmo. Und dann, das ist neu. Okay, wie soll ich das sagen? Ich hab gemerkt, das macht das Deck eigentlich viel stabiler. Weil, die meiste Zeit hast du einen von denen. Das sind 3er-Scales. Ja. Und das sind 5er-Scales. Das heißt, du hast die Scale einmal. Oder, du startest mit einem von denen. Ja. Das ist die 6er-Scale. Dann kannst du den Effekt machen und tust denen die Scale. Und dann hast du 6 und 1. Ja, okay. Das klingt gut. Also, du hast immer die passende Scale, wenn du das ziehst. Wie kam das so im Mesh? Ich hab's nie gezogen. Okay. Ich hab's auch nicht gesehen. Wirklich, das ist... Nie gezogen, okay. Ich hab den gezogen, aber den hab ich Bandlet beschworen. Also... Okay, ja, okay. Kann man nichts machen. Wenn man es nicht zieht, dann zieht man es nicht. Der Pitai hat's gezogen und der hat angefangen mit Turtle und dem und dann hat er den gebracht. Also... Scheint nicht schlecht zu sein. Okay, cool. Dann hat er einen Zauberkatten. Waving, ja ist logisch. Logisch. Face-Off muss man spielen. Ja. Jawohl. Dann... Die zwei für Rafflesia. Okay. Das und nicht mehr die Timespace wegen Monarch. Ja. Erklärend, ja. Und die zwei... Man hat keine Juggler mehr. Das heißt, man stirbt einfach. Die ganze Zeit. Und... Ich wollte nicht sterben. Das ist ja das Ziel beim Yu-Gi-Oh! Oder nicht? Ja, das ist ein Problem. Aber das Problem ist ja auch, ich hab's fucking nie gezogen. Okay. Äh, die Frage. Wieso spielst du dann heimtückisch hier, wenn du noch drei andere weiter schreinst? Brauchen wir das? Oder kommen die Kunden? Also, wenn man das zieht, wenn man das wirklich zieht und Face-Down setzt, dann hat man meistens auch einen Rafflesia. Und wenn man es nicht hat, ist doch wurscht, dann macht man einfach keinen Rafflesia. Ja, aber die Hauptsache ist, du hast mehr als nur ein Rafflesia, weil das... Das macht er einfach mit deinem Strohwerk oder was auch immer. Und dann stehst du nackter. Also nicht... Ja, gut. Ja. Okay. Ja, okay. Cool. Interessant. Dann kommen wir zum nächsten Mal. Ja. Drei Knister. Drei Stück? Ja. Die meisten spielen zwei, aber warum hast du drei? Das ist richtig. Aber die ganze Zeit beim Testen ist mir aufgefallen, gegen Cosmo braucht man die so oft. Und ich hab schon Spiele gehabt, drei gebracht und zwei mit Emerald wieder zurückgemischt und wiedergebracht. Also... Okay. Das ist euch zu gut. Das ist das einzige Out aus diesen blöden Cosmo-Karten. Alle Cosmo-Spieler, spielst du es nicht. Das ist ja scheiße. Leider. Hat er recht. Okay. Dein Oster. Ja. Super. 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 Zwei Noden für Instant. Super. Jawohl. Ja. Ja. Auf Joker, auf Pendel und Sorcerer, wurscht. Auf alles. Ja. Ja. Okay, cool. Ja. Ja. Rafflesia, weil es gut ist. Ja. 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 Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja. Wie waren deine Match-Ups so? Wie bist du durch die Vorrunde gegangen? Ich habe nur gegen Cosmo gespielt. Also... Wie gegen Cosmo? Quasi. Alle anderen waren schlecht. Okay. Ja. Nicht so gut. Ja. Gegen Cosmo ist das Problem wirklich... Man darf nicht roti-kart werden. Und ich würde gerne noch mehr Fallen spielen, aber dann wird das Deck instabil. Also ich muss mir wirklich was überlegen. Das ist kompliziert. Und die Match-Ups eigentlich sind super gut. Ich meine, du stellst halt immer ein fettes Feld raus. Aber das Problem ist halt wirklich, du sagst Go und dann musst du Angst haben. Ja, ich habe keine Dark Damage Struggler oder so. Du kannst ziemlich schnell sterben. Okay. An sich, wie ist das Deck jetzt so für dich jetzt neu nach der Liste? Ich finde es super gut. Die Pendelmechanik ist einfach überzeugend. Es geht kein Weg daran vorbei praktisch. Also gegen Cosmo hat man wirklich nur Probleme, weil man stirbt. Aber man stirbt meistens im Plus. Es ist nicht das Problem, dass du jetzt irgendwie nichts mehr ziehst oder so. Und ich muss mir wirklich was überlegen für den Defense. Sonst würde ich das Deck weiter spielen. Das ist super gut. Jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte. Möchtest du? Möchtest du irgendwelchen grüßen? Ähm... Jura. Ich kenn's ja nicht, aber so. Ansonsten viel Glück beim nächsten Mal oder beim nächsten zu mir. Wir drücken dir die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und schreiben unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidens nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.